Liebe Raumtaler-Community, in unseren Praxis-Workshops am 8., 27. und 29. November in Stuttgart, Villingen, Schwennig und Ulm, zeigen wir Ihnen, wie Sie ganz schnell und einfach spannende Inhalte erstellen. Zum Beispiel für die Pressearbeit, Ihre Webseite oder Social-Media-Kanäle. Sie sind noch nicht angemeldet? Dann holen Sie das jetzt direkt nach und zwar bei Rosemarie Gromer vom Städtetag Bayern-Württemberg und zwar unter dieser E-Mail-Adresse. Wir freuen uns!